Wundersame Heilung. Ja genau, ich habe nur geschnippt und schon war er wieder da. Da ist ja unser Herr Hoxton, der die Black Task sucht. Jetzt müssen wir aber zu dem Fragezeichen. Ja, dann gehen wir jetzt auch hin. Und ihr passt hier schön auf, ne? Genau. Boah, was zu rennt, ey. Wir haben einen Hotdog am Hintern. Hey, hier ist ein Reh. Guck mal, dann ist mir voll in Italien gelaufen. Ich will keine Einzelheiten. Da ist es aber. Ach, hör doch auf jetzt. Wer bist du denn? Ach komm. Komm hoch. Voller hatte sie gleich nieder, Dick. Ja, da liegt sie wieder. Aber sowas von niedergrinstreckt. Äh, sie laufen aber weg vom Fragezeichen, ne? Nee. Ach, nur weil sie plöppen wollen, ne? Nein, weil hier der, ich habe einen Pfad gesetzt dahin eigentlich. Da kommt der, da ist unser Soldat, da sind sie doch schon. Oder? Ja. Die gehen, da würde ich mal sagen, hinterher. Okay. Hallo, bleibt mal stehen, Lungs. Hier ist der Arsch. Der Arsch? Meinst du nicht? Das war mal ein Rolli, oder? Hm. Ich glaube auch. Ich weiß nicht. Ist aber die öffentliche Hinrichtung. Ja, Mann. Ich gucke mal auf der Karte. Was denn jetzt? Die Siedlung. Ich glaube, das war wohl, äh, dieses, äh. Kommen Sie, wir müssen da ran. Da ist noch ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Wir müssen da andere Fragezeichen machen. Ich glaube, diese Elfen sind wir am Wagen. Ja, 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 klar. Wird nicht auch geheilt? Wird nicht geheilt. Wenn sie auch heilt. Ja, wie ist du denn? Komm, wir müssen die Geisel retten. Ja. Ach du Scheiße, hier ist auch nicht. Scheiße, hier ist auch nicht. Scheiße, hier ist auch nicht. Was ist hier? Ist so ein Ding? Gesundheit der Geisel ist kritisch. Es war abschließend. Okay. Hier ist noch einer. Hallo Geisel. Sie ist ja ganz woanders. Die ist ja ganz woanders, Herr Hox. Kommen Sie mal mit. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon fast bei der Geisel. Oh, hier ist die Geisel. Haben Sie? Aber ich komme hier nicht rein. Warum steht die hier? Hallo, lass mich doch mal rein. Komm hier nicht rein. Hier ist eine Geisel, aber die andere, die ist sicher. Aber die andere nicht. Gehen Sie mal draußen gucken. Ähm. Ja, die andere ist nicht sicher. Müssen die andere sichern. Schau mal. Was ist eigentlich los mit dir? Du rennst an allem vorbei, ne? Hier ist eine Waffenkiste. Hier ist alle. Ja, wir müssen da erstmal die Geisel kommen. Ach, scheiße. Auch die Geisel, Mann. Sind doch, die sind doch alle sicher. Ähm. Ne, die eine hat er doch gesagt, ist fast tot. Natürlich ist die. Natürlich ist die fast tot. Hier ist doch die eine. Hat er die Schnauze. Eine ist hier. Die habe ich. Ja, hier ist ein Gelber drin. Die Leute sind mit mir mit. Und der geht's auch gut. Siehst du das? Huch. Du siehst das doch oben am 7. Ich hab doch eine. Hier geht's doch wieder gut. Guck doch auf den Palpen. Ja. Und hier ist auch ein Gelber. Ja, den hab ich hier vor mir gerade. Der schießt auf mich. Ja, den hab ich hier vor mir gerade. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Sich näher den Feinde erkannt. Keine Angst vor euch. Hä? Von hinten. Hilfe! Hilfe! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich auch gleich. Komm her! Ich bin bei dir! Okay! Hab einen! Tango ist noch aktiv! Keine Angst vor hier! Und runter! Wir nehmen uns ins Treuenfeuer! Verstört es! Ich bin hier jetzt ohne! Alter, Belli, ey! Ich meine, wie ist der hier? Er hat keine... Du Arschloch! Ich denke dich! Du nicht! Wo bist du Arschloch? Kann doch wohl nicht wahr sein, ey! Gib direkt einen Schuss in die Birne! Noch einer? Wo bist du? Komm her! Auch wenn du ein Gelber bist, ist mir scheißegal! Du hast mir ganz... Du hast mir einfach in den Kopf geschossen, Penner! So, weg bist du! Was willst du? Hä? Boah! Haben wir's? Herr Hoxton! Sie sind aber ganz schön böse! Das war richtig so! Ich rede mal mit der Geisel! Lass mir das nicht gefallen! So, die hat ihnen was hier hingelegt! Mein Retter! Mein Retter! Hat er gesagt! Ja, ich weiß, was ich weiß! Ui! Ui! Das kann er aber gut, ne? Können wir dann auch? Ja! Natürlich können wir dann auch! Validieren! Jawoll! Obwohl mir diese Grüßerei so nicht gefällt, aber naja! Okay! Haben wir gerettet! Alle beide! Genau! Jetzt müssen wir eine Fragezeichen machen, damit unsere Siedlung endlich wieder frei wird! Genau! Wir rennen jetzt zum Fragezeichen! Noch mal gucken! Meine Güte! Ich klicke immer verkehrt! Wo ist das? Genau! Nee! Nee! Was haben sie jetzt schon wieder? Haben sie gesehen? Geh ich nach! Geh ich nach! Oh mein Gott! War's gut! Oh Gott! Was ist denn hier los, ey? Das ist ja unglaublich, Herr Hoxton! Wo sind sie denn? Ich hab mir den Toten angeguckt, der lalach! Meine Güte! Schreit ja schon nach dem Titelbild! Kommen Sie! Stehen Sie auf sowas? So Leichenschau und so? Nein! Herr Hoxton! Aber warum kümmern Sie sich denn sowas dann? Ja, weil das immer wieder eine Aufforderung ist, weiterzumachen! Damit sowas nicht weiter passiert! Grenze! Hier rechts! Hier schon wieder Schüsse! Jetzt wieder links! Verwündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt! Äh! 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 Warum? Was denn jetzt? Meine Finger! Geh weiter! Es kann ja nur hier die Blockade sein! Was soll denn sonst die Blockade sein? Manche haben eine Blockade ganz woanders! Ja! Das stimmt wohl! Wir brauchen so ne Kur, ne? Ja! Da hinten sind die Gegner! Die laufen hier alle locker! Da sind die Gegner! Ehrlich, ey! Das ist die Siedlungsblockade, genau! Die müssen wir platt machen! Die soll mal vorgehen, Herr Hoxton! Puh! Die sind natürlich jetzt, äh... Ich sehe... Was sehe ich denn? Ich sehe... Da ein, da ein, zwei, drei... Rutschen Sie mal ein Stück nach links, bitte! Nach links? Oder ich gehe hier rechts auf die Seite an dem LKW! Da können Sie auch machen, dann rutsche ich einen wählen! Und wieder der gleiche Scheiß! Was halten Sie dann davon, wenn wir Geschütze erst mal stellen? Wo stellen wir die hin? Hier unten? Wir können einen auf dem LKW stellen, wenn es geht! Ja, ich nicht! Kann ich das da oben rauf kriegen? Ja! Ich kann! Ich mach! Kann ich? Und go! Und Rollis! Drei, zwei, eins, Rolli! Das interessiert den überhaupt nicht! In den Reichweiten! Also! Man merkt schon, dass die stärker ist als die letzte Waffe! Ehrlich? Ja! Also von den, von den Dings her? Von den, äh... Obwohl ich jetzt weniger Waffenschaden auf den, äh... Rüstungsteilen habe, aber... Geh nach oben! Ja! Mach dieses Ding da! Wenn ich da oben raufkomme, heißt das? Geh da oben rauf! Bin schon oben! Okay! System Hack initiiert! Ja! Da kommen sie schon! Nicht! Ja! Ich seh sie da hinten, glaub ich! Ja! Ich seh sie da hinten, glaub ich! Ja! Gerät ausschalten! System Hack bei 25 Prozent! Hast du jemand gemacht? Ja, ja, läuft schon! Bleiben sie mal entdeckt! Oh, hier läuft ein Reh rum. Ja, bleiben Sie mal in Deckung. Da haben wir 50 Prozent. Systemhack zu 50 Prozent abgeschlossen. Wir müssen nur diese Blockade hier beseitigen. Brünchen? Systemhack zu 75 Prozent abgeschlossen. Wir können alles sehen, aber wir müssen uns ja nicht sehen. Wenn wir noch gleich 100 Prozent haben, ist das Ding hier fertig. Das ist gut. Fragen wir Muni. Ich kann mal eben alles nachladen. Fertig. Ah, jetzt geht es. Jetzt kommen die bleibenden Bedrohungen. Jetzt geht es los, Herr Ochsen. Na gut. Ganz ohne Muni geht es dann doch nicht. Machen wir mal eine Rolle. Ohli, Feli. Wir haben aber eine Pio, wie Sie sehen. Drohnen. Ja, das macht sie jetzt geschützt schon. Wir sind auch mal geschützt hier oben hin. Ja, wir haben eine heile Mann. Unter dem... Die drohnen schnell erledigen, dann haben wir den Mann auch erledigt. Da kommt wieder was von links hinter dem Haus. Ja, ja. Ich war... Oder aus dem Haus. Ich weiß nicht, wo kommt der her? Von geradeaus einfach kommen. Leider da. War das ein bisschen doof in der Gegend rum, oder? Mhm. Ach, scheiße. Ist weit weg. Das war doch ein bisschen näher ran, ne? Kommt er wieder zurück? Lass ihn erstmal rankommen. Lass ihn rankommen. Lass ihn rankommen. Und? Herr Vönerter Kontrollpunkt in der Nähe. Es gibt doch noch die Frisse. Nachladen. Direkt schon abschließend, wenn wir in die Absage... ich hab gar nicht wissen wo der herrkopf haben sie noch ein geschütz? das glaube ich auch gerade kaputt Drohne wow jetzt ist es immer gut hier kann nicht alles gewesen sein schütz habe ich gedacht, ich stelle wieder eins gebaut wieder was Drohne gebaut ja eine Drohne down nächste Drohne down jawoll weiter vor ja der baut wieder was jawoll das war's ja schön gemacht immer runter alle beseitigt wir haben's was geschafft einsammeln oh jede menge moon hier ist gut ich hatte nämlich keine moon mehr raus das wurde knapp ja bei mir war knapp ich hab einige wäre komplett leer alles einsammeln was wir kriegen gut gute arbeit jawohl wohin jetzt ja normalerweise müssten wir jetzt noch einen Haupteinsatz machen nämlich hier das district union arena weil weil wenn wir die haben dann äh haben wir wieder einen Stützpunkt fertig und danach müssten wir dann noch zwei äh invasionssachen machen und das kapitolen dann können wir endlich zum title person was sie noch gar nicht kennen und was ihr auch noch nicht kennt weil wir das noch nicht gehabt haben so dass die basis der black task ist und den bereich kennt ihr auch noch nicht ahja mhm dann schauen wir mal wollen wir mal in die richtung von dem äh von der union arena gehen ja 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 ich wollte ihn einfach mal ok laufen sie mal hier runter haben sie es markiert ja folge ich ihnen mal aber ich kann natürlich nicht versprechen dass wir nicht auf Gegner stoßen aber warten mal eben kurz warten ja muss mal eben kurz äh mal nachschauen ähm sie sagten also die waffe ist nicht schlecht haben sie gesagt ja ist die jetzt besser wenn sie mehr punkte hat und weniger schaden also die waffe an sich hat mehr schaden also die schadenzahl muss auf jeden fall höher sein aber ich hab zufälligerweise also es ist immer noch so wie vorher ja ja genau also der schaden auf jeden fall höher sein muss klar die punkte da können sie sich nichts von kaufen naja ist ja logisch also dann habe ich mich da doch irgendwie verhört letztens mhm dann lassen wir das ganze das vollkommen okay soweit da ist noch was da ist noch ich müsste mal langsam ein paar klamotten wieder verkaufen alles weil ich hier so mit mir rum schleppe ich schleppe ja warte mit mir rum das ja nicht mehr normal ich habe aber noch irgendwas bekommen ich weiß nicht wir laufen jetzt erstmal laufen sie mal oder am besten ist wir laufen dahin und wenn wir in der nähe sind nehmen wir die leute damit ich muss sie noch was mitnehmen eben ok und einmal muni auffüllen da ist da auch ja ja hier dann kann ich nochmal alles nachladen eben also es ist wirklich so dass ich sagen muss dass ich da immer noch so ein ganz klein bisschen nicht weiß warum das so ist ja dass man dass man dann eben halt den Waffenschaden dass der niedriger ist also die Punktezahl höher aber der Waffenschaden niedriger das ist ein bisschen doof aber naja und kann man wohl dann irgendwie auch nicht ändern ne hat eben halt so aber ich würde mal sagen wir laufen jetzt gleich noch eine Runde dahin ja kurz davor melden wir uns dann wieder bei euch also machts gut bis dann tschüss tschüss Mmh.